Applaus Verehrte Frau Präsidentin des Bundestages, Herr Bundeskanzler, Frau Präsidentin des Bundesrates, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, verehrte Abgeordnete, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer besonderen Geburtstagsfeier hier an diesem ganz besonderen Ort. Hier im Herzen von Berlin, nah am Reichstag, ein Ort, der wie kaum ein anderer für die wechselvolle Geschichte unseres Landes steht, der aber vor allen Dingen auch Demokratiegeschichte geschrieben hat. Hier an diesem Ort hat Philipp Scheidemann am 9. November 1918 die Erste Deutsche Republik ausgerufen. Hier an diesem Ort hat Ernst Reuter im September 1948 seinen flammenden Appell an die Welt und die Bürger Berlins gerichtet. Hier an diesem Ort hat 1990 zum ersten Mal das gesamtdeutsche Parlament getagt. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, und genau hier im Herzen Berlins feiern wir heute in diesem Staatssack den Neubeginn unserer Demokratie vor 75 Jahren. Schön, dass so viele gekommen sind. Herzlich willkommen! Wir danken denen, die uns das Fundament einer neuen freiheitlichen und demokratischen Ordnung gegeben haben. Und wir danken denen, die vor 35 Jahren eine Diktatur niedergerungen und die Demokratie in ganz Deutschland möglich gemacht haben. Grundgesetz und friedliche Revolution! Grundgesetz und friedliche Revolution! Was ist das für ein Glück, was wir da in unseren Händen halten? Ich hoffe, wir machen uns das immer wieder bewusst, meine Damen und Herren! Genau heute, vor 75 Jahren, ist das Grundgesetz verkündet worden. Dieses Grundgesetz war nie für die Ewigkeit geschaffen und hat doch überdauert, hat uns getragen durch die Zeit. Und nach einem Dreivierteljahrhundert ist es jung geblieben, nicht alt, erst recht nicht veraltet, wenn auch inzwischen eine der ältesten Verfassungen der Welt, die zum Vorbild für viele andere Verfassungen, die danach kamen, geworden sind. Meine Damen und Herren, ein Provisorium sollte es sein. Aber was für eins! Ein Meisterwerk, was da in zwei Wochen zunächst als Expertenentwurf in Herrenkiemsee, dann in wenigen Monaten im Parlamentarischen Rat leidenschaftlich diskutiert, errungen, auf den Weg gebracht worden ist. 12.500 Worte, bestechen klar, nüchtern oft, aber doch so elegant. 12.500 Worte in 146 Artikeln. Mehr brauchten Sie nicht, die vier Frauen und 61 Männer. Mehr brauchten Sie nicht, um das Fundament einer zweiten deutschen Demokratie festzuschreiben, offen gehalten für die, die im Osten von der sowjetischen Besatzungsmacht gehindert waren, den Weg zur Demokratie zu gehen. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich bin fest davon überzeugt, diese Verfassung gehört zu dem Besten, was Deutschland hervorgebracht hat. Und wenn wir zurückschauen, eigentlich doch ein Wunder. Ein Wunder, wenn wir uns klar machen, unter welchen Bedingungen dieses großartige Werk entstanden ist. Nach der Barbarei des Nationalsozialismus, da war unser Land zerstört, moralisch zerrüttet, die Städte verwüstet, unzählige Menschen, Heimat- und Obdachlos, Millionen aus dem Osten geflüchtet und vertrieben, Millionen in Kriegsgefangenschaft. Was für einen Staat sollte man eigentlich in einer solchen Situation entwerfen? Was hat die Menschen, die mit dieser Aufgabe betraut waren, was hat sie bewegt? Die Frauen und Männer des Parlamentarischen Rates waren geprägt von Diktatur, Krieg und Völkermord. Sie zogen die Lehren aus der Geschichte der Weimarer Demokratie und sie einten vor allen Dingen eine Erfahrung. Im Namen des Staates waren die schlimmsten Verbrechen begangen worden. Die Gefolterten von Dachau und Buchenwald, die Ermordeten von Auschwitz, die Gefallenen von Stalingrad, die Millionen Toten in ganz Europa, die sollten nicht vergessen werden in diesem neuen Deutschland. Nie wieder sollte ein Staat für solche Verbrechen missbraucht werden. Der Staat sollte für die Menschen da sein, hieß es damals, nicht umgekehrt. Oder noch kürzer, nie wieder. Das ist das Vermächtnis, von dem wir uns auch heute leiten lassen müssen, meine Damen und Herren. Und gerade in diesen Zeiten war dieses Grundgesetz ein Aufbruch in eine hellere Zukunft. Sein Kern ist die Freiheitsverheißung, festgeschrieben, Sie haben es gerade im Video gesehen, festgeschrieben in 19 Grundrechten, verbindlich und einklagbar. Und über allem, über allem steht ein Fickstern. Jener große, fulminante Satz in Artikel 1, in dem die Erfahrungen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, ebenso wie die Erwartungen an die zukünftige Republik sich in ganz einzigartiger Weise bündeln. Der Satz, den wir gerade von Margot Friedländer gehört haben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz, liebe Gäste, hat nichts von seiner Bedeutung eingebüßt, nichts von seiner Wucht verloren. Er ist kategorischer Imperativ unserer Verfassungsordnung. Er ist moralische Selbstverpflichtung zugleich. Das Grundgesetz garantiert Freiheit und es erwartet Verantwortung. Das ist das Verständnis, das den ganzen Verfassungstext durchzieht. Es schafft ein stabiles Gebäude, in dem sich die Menschen zunehmend zu Hause und aufgehoben fühlen konnten. In dem die Gesellschaft sich entwickeln, sich erneuern konnte. Es ist das Modell für das friedliche Zusammenleben in einer Gesellschaft der verschiedenen. Geschichtsbewusst ja, aber zukunftsoffen ganz genauso. Und deshalb, meine Damen und Herren, in Bewunderung und in Dankbarkeit schauen wir auf die Arbeit der Mütter und Väter des Grundgesetzes, was sie vor 75 Jahren auf den Weg gebracht haben. Das ist ein großartiges Geschenk. Ein Geschenk, das nicht nur in Erinnerung bleiben darf, sondern das wir im Alltag der Republik, im Alltag der Demokratie pflegen, bewahren und verteidigen müssen. Ich bin fest davon überzeugt, liebe Gäste, diese Verfassung ist es wert, dass wir sie schützen und dass wir sie feiern, wie heute. Ja, das Grundgesetz wird 75 Jahre alt, aber es ist ein doppeltes Jubiläum, das wir feiern in diesem Jahr 1949 und 1989. 75 Jahre Grundgesetz, 75 Jahre friedliche Revolution und Mauerfall, das mag ein historischer Zufall sein, dass diese beiden Jubiläen zusammenfallen in diesem Jahr, aber eine glückliche Fügung ist es doch. Schon in der Präambel des Grundgesetzes, die Präambel wendet sich an das gesamte deutsche Volk. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes ahnten bereits, dass ein vereintes Deutschland damals 1949 noch in weiter Ferne lag. Ich finde, umso mehr berührt uns heute die Hoffnung, die aus dieser ersten Präambel sprach. Es sollten 40 Jahre vergehen, bis ich das Freiheitsversprechen des Grundgesetzes für alle Deutschen erfüllen konnte. 40 Jahre, in denen viele Frauen und Männer in der DDR von den Freiheitsrechten träumten, wie sie das Grundgesetz garantiert. Und ich glaube, genau für diese Freiheiten sind sie aufgestanden im Jahre 1953 und dann zu Hunderttausenden im Jahre 1989. Ihnen und Ihrem Mut verdanken wir, dass unser seit Jahrzehnten geteiltes, zerrissenes Land wieder eins werden konnte, meine Damen und Herren. Ein Geschenk der zweiten Chance, hat es der große Historiker Fritz Stern genannt. Freiheit und Einheit errungen durch den Mut der Bürgerinnen und Bürger der damaligen DDR. Wir verneigen uns vor Ihrem Mut, vor Ihrem Hoffnungsmut, meine Damen und Herren. Ja, nicht alles, aber so vieles ist uns seitdem gemeinsam gelungen. Deshalb schmerzt es mich, wenn manche im Osten mich fragen, was hat dieses Grundgesetzjubiläum eigentlich mit mir zu tun. Aber ich versichere Ihnen, mich stört es ganz genauso, dass manche im Westen immer noch nicht wahrhaben wollen, dass sich unser ganzes Land verändert hat seit 1989. Und deshalb ist die Frage, ob Deutsche in West und Ost unser Grundgesetz als gemeinsames Fundament betrachten können, aus meiner Sicht keine Nebensache. Vielleicht erinnern wir uns, in dieses Fundament ist doch so viel Gemeinsames eingegangen und eingetragen worden. Unsere Vorstellungen von Demokratie heute haben ihre Wurzeln in einer Demokratiegeschichte, die weiter zurückreicht als 1949. Auch viel weiter zurückreicht als bis zur Weimarer Republik. Diese Wurzeln reichen zurück bis zu den Kämpfen für Freiheit und Demokratie im Vormärz und in der Paulskirche. Das, meine Damen und Herren, das ist die freiheitliche Tradition, aus der sich unser Grundgesetz beißt. Das ist unser gemeinsames Fundament. Und wahr ist doch auch, fast dreieinhalb Jahrzehnte hat sich unser Grundgesetz bewährt im wiedervereinigten Land. Wir sind zusammengewachsen zu einem Land, das heute viel mehr ist als die Summe zweier Teile einem Land, das sich hin zu etwas Neuem verändert hat. Das Grundgesetz hat dafür immer wieder die Wege geebnet. Es ist eine Verfassung der Freiheit, um die uns weltweit so viele Länder beneiden. Und deshalb sage ich, 1949, 1989, es sind die beiden entscheidenden Wegmarken in der Geschichte unserer Republik. Das Grundgesetz und die friedliche Revolution, sie haben die zweite deutsche Demokratie. Oder ich sollte besser sagen, sie haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Wir feiern zusammen, meine Damen und Herren, weil wir zusammen gehören. Aber, meine Damen und Herren, wenn wir ehrlich sind, auch an einem solchen Tag, an einem Feiertag wie heute, mischt sich in den Stolz auch Unbehagen. Manche fragen, was bleibt von den großen Versprechungen des Grundgesetzes, wenn die Menschenwürde garantiert ist und sich trotzdem viele Menschen feindlich, sogar immer unversöhnlicher gegenüberstehen. Wenn Antisemitismus weiter zunimmt, der Hass auf Andersdenkende geradezu alltäglich wird. Und andere fragen, wie passt das mit unserem Grundgesetz zusammen, wenn Journalistinnen und Journalisten bedroht und angegriffen wird. Wenn Fake News, die sozialen Medien fluten und die Räume für Debatten immer enger werden. Und wie passt das, wenn trotz Gleichberechtigung und Diskriminierungsverbot Frauen im Netz auf übelste Weise an den Pranger gestellt werden, weil sie Frauen sind. Ja, die Spannung zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit, die ist nicht zu übersehen. Aber folgen muss daraus nicht ein kritischer Blick auf die Verfassung, sondern auf die Wirklichkeit. Denn das Grundgesetz ist keine Bilanz, sondern ein Auftrag. Es ist nicht das Ziel, sondern ein Kompass. Unser Grundgesetz sagt nicht, was wir sind, sondern unser Grundgesetz zeigt, was wir sein können. Darin steckt eine Aufforderung, meine Damen und Herren, für uns, für unsere Zukunft. Und das verlangt Mut, Tatkraft, vor allen Dingen den offenen Blick für die Realität. Und wir müssen erkennen, dass sich diese Realität in den letzten Jahren radikal verändert hat. Nach Jahrzehnten von mehr Wohlstand, mehr Demokratie, mehr Europa, mehr Frieden, dem Glück der deutschen Einheit, mussten wir erleben einen epochalen Bruch. Mit Russlands brutalem Angriff auf die Ukraine ist der Krieg zurückgekehrt nach Europa. Ein zynischer Angriffskrieg, der uns in eine Unsicherheit gestürzt hat, die wir doch überwunden glaubten. Das verändert nicht nur die Prioritäten der Politik, das berührt auch den Alltag der Menschen. Manche Gewissheiten, mit denen wir gerne gelebt haben, die unser Leben geprägt haben, sind weniger geworden. Wir leben in so etwas wie einer neuen Unübersichtlichkeit. Pandemie, Inflation, Wirtschaftskrise. Die Folgen des Klimawandels, der Terror der Hammers, der Krieg im Nahen Osten, die humanitäre Katastrophe dort. Eine Krise folgte auf die nächste. Und Sie alle hören vermutlich häufiger, dass Nachbarn oder ihre Freunde sagen, Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Menschlich mag das verständlich sein, aber ein Rückzug von der Wirklichkeit, das ist keine Lösung, politisch nicht. Für mich steht fest, meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit der Bewährung. Es kommen raue, auch härtere Jahre auf uns zu. Und die Antwort darauf können und dürfen nicht Kleinmut oder Selbstzweifel sein. Ich will es noch deutlicher sagen, es wäre ganz falsch, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich eine bequemere Vergangenheit einfach herbeizuträumen. Und falsch ist nach meiner festen Überzeugung auch, täglich den Untergang des Landes zu beschwören. Das ist alles falsch, weil alles das lähmt, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen uns jetzt behaupten, mit Realismus, mit Ehrgeiz, das ist die Aufgabe der Zeit. Selbstbehauptung, meine Damen und Herren, das ist die Aufgabe der Zeit. Und Selbstbehauptung beginnt mit dem klaren Blick auf das, was zu tun ist. Wir müssen die Werte verteidigen, natürlich, die uns im Kern ausmachen, die dürfen nicht zur Disposition stehen. Aber wir müssen unsere Ziele schaffen, anpassen an die neuen Herausforderungen. Vor allem müssen wir offen reden über die Größe der Aufgabe und die Verantwortung, die für uns daraus erwächst, für die Politik, natürlich, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Und klar ist für mich die Bedrohung, die von Russland auch für uns ausgeht, diese Bedrohung, die wird nicht einfach verschwinden. Niemand weiß das besser als die Ukraine. Wer die Freiheit liebt, darf vor dem Aggressor nicht weichen. Das gilt auch für uns. Und niemand weiß in Wahrheit, wann Putins Machthunger gestillt ist. Für mich ist zwingend, wir müssen mehr tun für unsere Sicherheit. Wir müssen in unsere Verteidigung investieren. Wir müssen unser Bündnis stärken. Und wir brauchen dafür die finanziellen Mittel. Aber vergessen wir nicht, meine Damen und Herren, was es dafür ebenso braucht. Eine starke Gesellschaft. Eine starke Gesellschaft, die um den Wert der Freiheit weist und die bereit ist, Bedrohungen der Freiheit entgegenzutreten, die um ihren Zusammenhalt weist. Zusammenhalt heißt nicht, überhaupt nicht, dass alle einer Meinung sind oder sein müssen. Zusammenhalt heißt zu wissen, dass wir einander brauchen, auch wenn wir unterschiedlich sind. Und dieses Wissen, das entsteht ganz häufig aus Erfahrung, vor allen Dingen aber aus Begegnung. Und diese Art von Begegnung, die müssen wir stärken. Militärische Sicherheit und gesellschaftliche Widerstandskraft, beides gehört zusammen. Deshalb, so sage ich, deshalb sollten wir die Debatte über Formen des Wehrdienstes und anderer Dienste für unser Gemeinwesen nicht scheuen, sondern führen und wenn es nach mir geht, zusammenführen. Mehr Investitionen in Sicherheit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann unser Land solche Kraftanstrengungen meistern. Kann zusätzlich zu den riesigen Aufgaben, die Klimawandel, soziale Sicherung, Wirtschaftskrise und Stellen, kann unsere Gesellschaft die Konflikte bestehen, bewältigen, die daraus entstehen. Hier wartet, glaube ich, eine der nächsten größeren Aufgaben in den kommenden Jahren auf uns. Wir müssen uns darauf einrichten, wir werden in den nächsten Jahren nicht weniger Streit haben, vielleicht eher mehr. Der Kampf um finanzielle Ressourcen wird härter werden und damit natürlich auch der Streit über das, was wichtig ist. Und gerade jetzt, gerade jetzt, wo wir unsere Demokratie dringend brauchen, weil sie allein die Demokratie streitfriedlich beilegen kann, weil sie die Demokratie offen ist für Kompromisse und Veränderungen, gerade jetzt gerät unsere Demokratie selbst unter Druck. Gerade jetzt erstarken auch bei uns Kräfte, die sie schwächen, die sie aushöhlen wollen, die ihre Institutionen verachten, ihre Repräsentanten beschimpfen und verunglimpfen. Ja, unsere Demokratie ist geglückt, aber wir wissen und müssten wissen, auf ewig garantiert ist sie nicht. Und schützen werden sie nicht andere, schützen müssen wir sie selbst. Auf uns und jeden von uns kommt es an. Ich sage, Selbstbehauptung ist die Aufgabe unserer Zeit und behaupten werden wir uns nur als wirklich starke Demokratie. Und genau deshalb brauchen wir jetzt Bürgerinnen und Bürger, die dem Gemeinwesen nicht gleichgültig gegenüberstehen, die ihre Meinung sagen natürlich, die ihre Sorgen äußern natürlich, aber die unterscheiden können zwischen berechtigter Kritik und dem Generalangriff auf unser politisches System. Und genau deshalb geht es jetzt auch darum, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu erreichen, zu überzeugen, die keine Extremisten sind, die aber vielleicht mit der Politik, mit unserer Gesellschaft, gelegentlich auch mit der Demokratie hadern. Es ist doch eigentlich seltsam, meine Damen und Herren, liebe Gäste, es ist seltsam, wir alle reden, chatten, posten, mailen immer mehr. Auf allen Kanälen, Tag und Nacht. Und dennoch haben immer mehr Menschen den Eindruck, dass sie nicht gehört und nicht verstanden werden. Und vielleicht muss ich nicht erst seit gestern Politik eingestehen, dass es uns häufig nicht gelingt, genügend verständlich zu machen, was sie tut, warum sie es tut, warum auch manchmal Ambivalenzen bleiben und bleiben müssen. Warum wir zum Beispiel Israels Recht zur Selbstverteidigung bejahen, warum wir dazu stehen und gleichwohl humanitären Schutz der Menschen in Gaza eintreten. Und warum beides richtig ist. Und verständlich machen müssen wir auch, warum wir im Kampf gegen den Klimawandel nicht nachlassen dürfen. Verständlich machen, warum wir die Arbeit in Deutschland zunehmend weniger allein bewältigen. Und warum, das sage ich gerade in diesen Tagen, warum Europa, die Europäische Union, warum Europa für uns so unendlich wichtig ist. Wir, Politik, muss Fragen beantworten, die sich viele Menschen in unserem Land stellen. Warum verlassen manche Kinder unsere Grundschulen, ohne lesen und schreiben zu können. Sie kennen das, warum sind Brücken marode, warum ziehen sich Genehmigungsverfahren so lange hin. Ist es nicht möglich, humanitäre Flüchtlingspolitik zu bewahren, ohne uns zu überfordern. Wie können wir zusammenleben in einem Land, das vielfältiger ist als 1949, auch vielfältiger als 1989. Keine dieser Fragen ist neu und es sind nicht Extremisten, die sie stellen. Sie kommen oft aus der Mitte der Gesellschaft. Wir sollten tun, was wir können, um überzeugende Antworten zu finden. Auch, um wachsender Entfremdung zwischen Politik und Gesellschaft den Boden zu entziehen. Denn in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft, in der nur noch die da unten, von denen da oben reden, in einer solchen Gesellschaft schwindet das Vertrauen in demokratische Institutionen. Aber für eine stabile und starke Demokratie, von der ich spreche, brauchen wir beides. Das funktionierende politische Institutionen und Bürgerinnen und Bürger, die sie, die Demokratie, zu ihrer Sache machen. Die nächsten Jahre, meine Damen und Herren, liebe Gäste, werden uns allen, aber vor allem auch den politischen Verantwortlichen, viel abverlangen. Wir brauchen Politiker, die beharrlich an Lösungen arbeiten, leidenschaftlich für die Sache, dem Ernst der Lage angemessen. Wir brauchen das Ringen der politischen Parteien um bestmögliche Lösungen. Alles das brauchen wir. Aber ich setze hinzu, wir bewahren uns hoffentlich etwas, was uns stark gemacht hat in den zurückliegenden Jahrzehnten. Die Fähigkeit aller demokratischen Parteien zur Zusammenarbeit dort, wo das gemeinsame Ganze berührt oder sogar bedroht ist. Diese Gemeinsamkeit der Demokraten, die ist gefragt, wenn Demokratie angefochten wird. Meine Damen und Herren, ich hebe auch das so hervor. Ich sage das deshalb auch, weil ich weiß, in wenigen Tagen werde ich beim Gedenken für Walter Lübcke sprechen. Vor fünf Jahren wurde er, der langjährige Politiker, zuletzt Regierungspräsident von Kassel, ja regelrecht hingerichtet. Hingerichtet, weil er für eine offene, tolerante Gesellschaft stand. Sein Tod, wie die Taten von Solingen, Hanau, Halle, die Ermordeten des NSU, das ist uns Mahnung und Warnung zugleich, wie aus Hass geweiht werden kann. Zuletzt fast täglich erreichen uns Nachrichten von täglichen Angriffen auf Mandatsträger, politisch Engagierte. Und ich muss Ihnen gestehen, ich bin zutiefst besorgt über die Verrohung der politischen Umgangsform in unserem Land. Natürlich, Demokratie braucht den Wettbewerb, braucht auch den Streit. Sie verträgt Zuspitzung und härteste Auseinandersetzungen. Aber eines sollten doch gerade wir wissen. Gewalt zerstört Demokratie. Gewalt zerstört Demokratie. Sie sät Angst, sie sät Misstrauen, sie entmutigt, sie lässt Menschen verstummen, die eine Demokratie braucht. Wer Angst um sich und seine Familie haben muss, der bewirbt sich nicht um politische Verantwortung. Und ich habe viele getroffen in den letzten drei, vier Jahren, viele, die aufgegeben haben, Beschimpfung und Verunglimpfung nicht länger ertragen haben. Unsere Demokratie, gerade in den Städten und Gemeinden, braucht aber Menschen, die Verantwortung übernehmen, die ihren Ort lebens- und lebenswert halten. Dann fehlen die, fehlen diese Menschen, dann verdorrt unsere Demokratie an ihren Wurzeln, dann trocknet sie von unten aus. Auch deshalb dürfen wir der Gewalt in der Demokratie keinen Raum lassen, meine Damen und Herren. Es ist Sache des Staates und seiner Institutionen dafür zu sorgen, dass Täter mit aller Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist Sache des Staates. Aber wir alle tragen Verantwortung für eine politische Kultur, die demokratieverträglich ist. Und das bedeutet, dass wir auch allem Entschiedenen entgegentreten, was der Gewalt vorausgeht, was Gewalt vorbereitet, der Menschenverachtung, der Hetze gegen Minderheiten, dem Hass. All das hat in einer Demokratie nicht zu suchen. Niemals dürfen wir uns an Gewalt im politischen Meinungskampf gewöhnen. Wir müssen sie im Gegenteil ächten. Ächten mit aller Entschiedenheit. Wie Gewalt eine Demokratie untergräbt, ihr Fundament einreißt, wer wüsste das besser als die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes. Es war ein schmerzliches Mittel. Es war ein schmerzliches Wissen. Sie hatten erlebt, wie Deutschland in der Barbarei versank. Sie hatten erlebt, wie die Deutschen ihre erste Demokratie zugrunde richteten. Wie eine Demokratie von innen heraus sterben kann, wenn sie nicht die Mehrheit ihrer Bürgerinnen und Bürger hinter sich weiß, wenn sich diese Mehrheit nicht zu ihr bekennt. Und sie wussten, wie die Feinde der Demokratie diese zerstören können mit den Mitteln der Demokratie. Und diese Erfahrungen, meine Damen und Herren, die bündeln sich in der unvergessenen Mahnung von Carlos Schmidt im Parlamentarischen Rat, wo er sagt, Mut zur Intoleranz gegenüber denen zu zeigen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen. Meine Damen und Herren, dieser Satz ist nicht Geschichte. Das ist Aufforderung an uns heute. Ja, und deshalb heute im 75. Jahr des Grundgesetzes sind wir gefragt, die Errungenschaften von Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Und das ist in der Tat eine Haltung, eine Frage der Haltung für uns alle. Wenn in den letzten Monaten Hunderttausende über im Land auf die Straße gegangen sind, jung und alt, Menschen aus Stadt und vom Land, Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Überzeugungen, wenn sie alle auf die Straße gegangen sind, um für friedliches Zusammenleben zu demonstrieren, wenn Unternehmer und Betriebsräte gemeinsam eine klare Grenze ziehen gegen Menschenfeindlichkeit und völkischem Wahn, dann hat mir das Mut gemacht. Und ich habe mich gefreut über einen Aufruf aller Ministerpräsidenten für einen Sommer der Demokratie, einen Beitrag zum Jubiläum des Grundgesetzes, der seit gestern schon große und breite Unterstützung findet. Danke dafür. Sie alle haben gezeigt, unsere Demokratie ist wehrhaft. Wer heute unsere liberale Demokratie bekämpft, muss wissen, dass er es dieses Mal mit einer kämpferischen Demokratie und mit kämpferischen Demokratinnen und Demokraten zu tun hat. Ich danke allen, die genau diese Haltung zeigen. Und ich danke allen, die jetzt in großer Zahl bereit sind, sich genau dafür in die Pflicht nehmen zu lassen. Was wir jetzt brauchen, sind Bürgerinnen und Bürger, die nicht sagen, was kümmert mich das, sondern die sagen, ich kümmere mich. Und davon gibt es viele Millionen in unserem Land, Ehrenamtliche, die sich engagieren. Darunter ganz viele, die zugewandert sind und unser Land seit Jahrzehnten mitprägen. Junge Leute, die gebeutelt von der Zeit der Pandemie sich trotzdem in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Sie alle, sie sind das stabile Rückgrat unserer Demokratie. Es ist genau dieses Engagement, das uns stärkt und Zusammenhalt schafft. Besinnen wir uns, meine Damen und Herren, auf genau diese Stärke. Meine Damen und Herren, ich bin fest überzeugt, wir werden diese Zeit der Bewährung bestehen. Erneuern wir heute im 75. Jahr des Grundgesetzes sein Versprechen. Stehen wir zusammen gegen die Feinde der Demokratie, halten wir aus, was uns trennt. Aber stärken wir das, was uns verbindet. 1949 lag unser Land in Trümmern. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten trotzdem den Mut, eine helle Zukunft zu entwerfen. Und 1989, in den Jahren davor, schien die SED-Diktatur unüberwindbar. Die Menschen in der DDR rissen trotzdem die Mauer ein. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die wollten, so sagt es im Parlamentarischen Rat, die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten ein besseres Deutschland bauen. Und ich finde, sie haben uns ein freiheitliches, ein demokratisches, ein gutes Deutschland hinterlassen. Deshalb bewahren wir das Erbe, das uns anvertraut ist. Tragen wir es weiter. Heute ist es an uns, uns in schwieriger Zeit zu behaupten, es ist an uns, die Geschichte der Demokratie weiterzuschreiben. Und meine Bitte ist, gehen wir diese Aufgabe gemeinsam an. Aufrecht und einander zugewandt. Vielen Dank. Applaus . . Untertitelung des ZDF, 2020